Servus, morgens, hello, alav, ahoi, und was man so sagt, ah ja, es ist Rosemondag und ich habe das Wochenende gut genossen, ich hoffe ihr auch. Ich war auf ein paar Sitzungen, auch schon vorher, das war so geil gewesen, ich sag's euch. Naja, und jetzt gucke ich wie immer die Rosemondagstüge und dann gehe ich heute Abend noch ein bisschen auf Fasching. Moje vielleicht, ach, ist ja der letzte Tag. Aschermittwoch aufpassen, ist auch gleichzeitig Valentinstag, nicht vergessen, Buben, aber auch ihr nicht, Mädels, Pelcher, denkt dran. Einmal muss ich da ein bisschen verwöhnen, also am Dienstag nicht mehr so toll feiern, damit man am Mittwoch fit ist und den Tag der Liebenden feiern kann. Ich hab schon ein paar Ideen dafür, na klar, gibt's immer was, muss man auch nicht immer kaufen, man kann auch so ein bisschen was Liebevolles herrichten und ein bisschen den anderen verzaubern, da gibt's schon das eine oder andere, all klar. Also, jetzt lasst euch nicht hängen, geht ein bisschen raus mit ein paar Freunden, das ist einfach ein Schee-Zeit-Fasching. Und da müssen wir doch dann wieder ganz, ja, drauf warten, da kann man ein bisschen lachen, ein paar Kreppelchen essen und so, all das ist wunderbar, ich sag's euch. Also, dann macht's gut, bis nächsten Montag und feiert Schee und passt dabei auf euch auf und kein Auto fahren, das ist ja selbstverständlich, gell? Also, tschö! Also, tschö!